Toll, dass ihr wieder da seid. Heute geht es nicht um das Mann-Frau-Ding. Die einzige Person, um die es geht, bist du. Die einzige Person, die sich um deine Träume und Hoffnungen kümmert, bist du. Die einzige Person, die sie realisieren wird, bist du. Sei ein guter Mensch, aber verschwende keine Zeit darauf, es anderen zu beweisen. Wenn man dir vertrauen soll, bleibe ehrlich. Vergiss, was dich verletzt hat, aber vergiss nie, was dich etwas lehrte. Sogar die nettesten Menschen haben ihre Grenzen. Solange du lebst, kein Hindernis bleibt ewig bestehen. Treffe aufgrund zeitweiliger Bedingungen keine unumkehrbaren Entscheidungen. Um zu den Besten zu gehören, musst du in der Lage sein, mit dem Schlimmsten umzugehen. Du lernst nichts vom Leben, wenn du dich stets im Recht siehst. Bleib stets geduldig. Die besten Dinge passieren unerwartet. Bedauere keinen einzigen Tag deines Lebens. Gute Dinge hinterlassen gute Stimmung. Sogenannte schlechte Tage liefern